Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr ist es jetzt bald wieder soweit. Am 25. Oktober findet die große Awardshow des Blauen Panthers in der BMW-Welt in München statt. Mit dem Blauen Panther zeichnen wir hochklassige Produktionen der Fernseh- und Streaminglandschaft sowie aus dem Netz aus. Ich bin schon gespannt, welche hochkarätigen Leistungen in diesem Jahr mit einem Blauen Panther nach Hause gehen. Schauen Sie gerne mit am 25. Oktober. Entweder im Livestream auf www.blauerpanther.com oder im Fernsehen auf Dreisat.